Was machst du denn da? Auch nicht die Scheiße. Ja, keine Ahnung, wie? Nur weil du wieder gewinnen willst, ne? Warum? Das spielen wir doch sonst nie hier. Verstehe ich nicht. Sieht doch aus wie Kraftwerke, die Scheiße. Sieht doch aus wie Kraftwerke, die Scheiße. Das ist mein nächster Titel. Sieht doch aus wie Kraftwerke, die Scheiße. Und damit herzlich willkommen zur nächsten LTS-Folge GTA. Gegen den Stricher. Mit dem Glücksfreen. Klar hatten wir die schon. Ja, einmal. Da habe ich dich kurz abgezogen und bam. Da habe ich gewonnen, glaube ich. Ja, siehst du, dann ist es ja perfekt hier für dich. Gewinnst du ja jetzt. Und meine letzte Folge hast du auch gewonnen. Du bist so ein innerer Schweinehund. Wieso das denn jetzt schon wieder, ey? Ja, wieso das denn jetzt schon wieder? Ja, ist ja so. Ach, ist das herrlich. Was will er mir? Ich liebe die GTA-Folgen, außer wenn ich verliere. Ja, ich merke das schon. Dann wird er ganz ruhig und so. Ja, weil du immer so viel Glück hast, wenn du gewinnst. Pff, lächerlich. Du wirst mal FIFA aufnehmen. Oh, scheiße jetzt. Selbstmord. Nö, du kannst ja nicht verlieren. Deswegen ja. Leute, ihr wisst, warum keine FIFA-Videos mehr mit uns kommen. Weil du es zu ernst nimmst. Ich und Ernst nehmen. Ja. Wenn da virtuelle Bundesliga nicht dabei ist, zum Kotzen. Wie, was, wo virtuelle Bundesliga? Hä? 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 Virtuelle Bundesliga. Verstehe ich nicht. Hab ich nicht geschafft. Wie, bist du nicht drin? Kein Berlin? Ja, ich hab gesagt, nein. Alter, Stricher, ey. Man muss nächstes Jahr neu angreifen. Da wird sechs Monate durchgesuchtet und nicht nur einen Monat. Gibt es nicht. Er hat so eine Langeweile, der Typ. Du hast mich schon gesehen? Ja. Ich hab gedacht, er steht noch ganz hinten irgendwo im Sport. Oh, geil, ey. Ja, damit steht schon wieder 1-0. Hab ich schon gesagt. Ich bin drei Kilometer gelaufen und Alf ist fünf Meter gelaufen. Nee, 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 nee. Guck dir mal eine Folge an. Dann wirst du sehen. Ja, okay, ich bin 50 Meter. Ja, geflogen bin ich. Das ist geil. Also, ich könnte die ganze Nacht gegen dich LTR spielen heute. Da sag ich nicht zu. Ich hab die letzte Folge gewonnen. Das reicht mir. Ja, aber wie? Glücksfried hier. Du bist ja Glücksfried. Oh, das war die Folge, wo ich dich von der Brücke mal abgeschossen hab in den Rücken. Kannst du dich erinnern? Ach, nee. Ja, obwohl du nicht gestorben bist. Hä? Ich sterb selten, das ist halt das Ding. Ja, ich hab dich angeschossen. Mit Sniper und so. Er sitzt da hinten schon wieder mit seinem... Ja, ich sitze wieder mit meiner Panzerfaust. So, wunderbar. Ja, klar. Geiler Bug. Geiler Bug. Jetzt sind es wieder die Käfer, die du hier beschuldigst. Merkst du was? Ja. Käfer? Ja, Bug. Käfer. Ich weiß ja nicht, was Bug heißt, oder? Du bist... Du bist... ...zu alt für die... ...Online-Welt. Ja. Kommt da da rum. Er hat eh wieder seinen Raketenwerfer in Hand. Ja, hab ich auch. Weil ich damit so kalt treffe. Aber das wäre jetzt eher Selbstmord. Eigentlich muss er irgendwo hier sein. Oh, Fack. Ah, tot. Du siehst mich eh. Ich dich nicht. Nein! Hau uns dann ab. Ich war genau auf deinem Kopf drauf und der hat nicht geschossen. Drei Sniper, ey. Hätte ich die anderen genommen. Und es steht für den Heimatverein mit 2 zu 0. Oh, ich freue mich schon wieder auf die Folgen, wenn ich die mal hier sehen kann. Es ist immer so herrlich, wie du drauf gehst. Dein Gesicht. Ich mach ohne Facecam. Ich lade das nicht hoch. Du wolltest irgendwas nicht hochladen. Das ist 4-0, ne? Aber ich würde mal aneinern. Ist das köstlich. Wieso? Lade ich doch hoch. Ach, da jetzt. Aber das werdet ihr nie auf seinem Kanal tun, als du sehen. Jetzt kommt da mit Schiff. Mit nem Kack-Ding. Ja, du doch auch, oder was? Was macht er da, der Irre? Och, jetzt. Ich weiß, dass es nicht alles ist, aber ich will den Topf herziehen. Oh, jetzt lässt er es sein, ey. Jetzt knallt er alle anderen ab. Josmiro, schreit er hier. Alle Spanier hier, oder sowas. Ich fährt da rüber zum anderen Schiff, ey. Jetzt hat er garantiert sein Raketenwerfer in der Hand. Ich weiß alles, was du machst. Sag ich ja. Ich weiß, was du hast. Geilen. Ich weiß es, was du Angst hat. Ich bin aus. Ich bin umgefäll. Deine Oktoberwerfer. Das war's für heute. Jetzt sehe ich ihn ausnahmsweise mal nicht. Das ist mir zu heikel hier. Wo warst du? Ich habe dich nicht mehr gesehen. So fühl ich mich immer. Der hat Hex an. Der hat echt Hex an. 2-1. Du hast mich doch gesehen. Klar. Du hast doch genau dahin geschossen, wo ich stand. Ja, aber guck doch meine Folge. Da war nichts zu sehen von Mr. Lally. Hättest du 2 Meter weiter nach links geschossen, hättest du mich. Wie, mit der Panzerfaust? Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Echt gedacht, dass du... ...mich gesehen hast. Da siehst du immer, nichts mit Cheaten hier. Jetzt hast du den Schutz wieder ausgestellt. Und jetzt stellst du wieder an, dass es nicht so auffällig ist. Pfff, lächerlich. Habe ich gar nicht nötig. Der Schiedfried. Schiedfried. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich hier runter gefallen. So ein Schnacker. Jetzt fährt er da rüber. Oh nee, ich glaube es nicht. Grimme ist, du siehst mich immer so vor, was? Ja, weil ich Augen habe. Ja, eben. Ja eben. Ja eben. Das muss ich verstehen. Oh, es snipet! Oh! Was? Das ist bestimmt da oben auf dem Silo. Hab ich doch gehört. Nein! Nein! Wie hätte er das denn hingekriegt? Oh, das ist doch zum Kotzen hier. Ich verspiele schon wieder meinen Vorsprung. 2-0 geführt aus eigenen Fehlern jetzt hier. Eigenen Fehlern. Gibt's ja gar nicht. Er schnackt immer so eine Scheiße rum, wenn er tot stirbt. Hä? Du schnackst eine Scheiße mit Hexen und so. Hexen? Ja. Hex-hex. Hex-hex-hex. Hex-hex-hex. Unbelievable. Aber das Schlimme ist, ich sehe bei den Folgen nicht mehr durch. Ja, ich schon. Ich habe alles gerendert eben. Bis auf die, die wir jetzt aufnehmen. Kann bestimmt vorkommen, dass ich mal eine Folge vertauche. Oder nicht, kommt. Wie, ne? Dann D-Abo, ne? D-Abo und ich schicke hier den Pepsi-Verbot. Du kannst ruhig den echten Namen sein. Wie? Tee-Tringer? E-Web-Verbot. DIST-Track-Verbot. DIST-Track-Verbot. D-Ouiuiuiui. O, was ist denn das für ne niedrige Waffe? Hmhm. Hier niedrigen kleine Jrthuber. Na, was willst du unter? Na Alfie? Wo ist derっeier-Raketenwerfer? Haben mich schon lange nicht mehr gesehen. Da zeig ich ja. Nein! Wie konntest du mich sehen? Hext. Strichei. Da wo du hingezielt hast, war ganz kalt. Kalt. Sag ich dir nur mal als Tipp. Klausty, ich komm jetzt wirklich raus. Ja. Nobby. Ja. 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 Da muss ich ja auch was ich jetzt nicht drauf geben. Ich muss hier meine alte Taktik nehmen wieder. Hier, Alter. Du bist schuld, man. Deswegen. Du hier. Ich muss jetzt nichts mehr mit sorry. Fährst du jetzt rüber? Ne. Ja. Striche, Alter. Oh, shit. Das ist echt schon drei Runden geworden. So vor als würde ich hier 8-0 führen. Ja ich spiele auch viel mit dir, das ist ja wieder... Also hier seht ihr mal, wenn Alf Puschen Runden verliert, sucht er sich im Ausreden. Ich brauche mir nicht Ausreden. Dann läuft er weg! Ich weiß ja gar nicht was ich vorhabe. Da wäre ja fast deine rote Brille vom Kopf geflogen. Ja aber nur fast, ich habe es ja rechtzeitig bemerkt. Du hast gar nichts bemerkt. Amenakoydu. Amenakoyim. Oh, das ist aber sehr gefährlich, was du da vorhast, ne? Ich werde alles in meinen Masterplan. Ah, du willst ja sich Munition vergeudeln, ne? Ne? Okay. 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 Alright. Okay. 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 Okay, dumme Idee. Oder? Striche, Alter. Wirst du auch? Oder kam die zurück? Nein! Nein! Runde Gewinner! Du kannst doch schon wieder nicht tot sein. Ja, weil ich Gott bin. Ja, ich schieß dich an. Ich hab an diesem Abend bestimmt 100.000 Euro Munition verbraten. Du schießt mich an? Ja, glaub du was du willst. Ich hab dich am Kopf getroffen und du stirbst nicht. Ja, ach so ein Streifschuss, Mann. So, geh ich wieder aufs Schiff? Nee, das hab ich bisher immer verloren, ne? Wenn ich rüber gegangen bin. Was sagst du dazu? Sag dazu, dass ich jetzt gewinnen werde. Ja, würde ich dir ja gönnen. Du hast den ganzen Abend auf die Fresse bekommen. Den ganzen Abend? Das war mit der letzten Runde. Wie? Hast du ja gewonnen? Hä? Die erste Runde war ja wohl völlig peinlich aus deiner Sicht. Ja, hab ich 4-3 verloren. Ja. Und ich hab zwei... Und das war eher peinlich für dich, weil du dich da dreimal mit der Granate selbst... Oh, das finde ich nicht peinlich, das finde ich nicht peinlich. Doch, das ist eigentlich schon... Nö, nö, jetzt muss ich mir überlegen. Das ist mega peinlich eigentlich. Doch wenn du das findest. Das wird eigentlich so, ja. Und er bleibt wieder hinten irgendwo. Ich kenne dich doch. Das gleiche kann ich auch. Mein Freund. Ich kenne dich... Okay. Da stirbt er schon wieder nicht. Ich hasse diese Sniper im Spiel. Immer nur Hitmarker diese Kacke. Was für Marker? Hitmarker. Sag ich ja. Und jetzt fährt er weg, weil er ganz genau weiß, dass er so wenig Leben hat. Kann nicht wahr sein. Eigentlich schon 4-3 für mich. Das war eh. Irgendwann nur Hitmarker. Hitmarker, Hitmarker, Hitmarker. Hat dich nicht gekillt? Wieso haben die Waffbomben dich nicht gekillt? So ein Scheiß. Ich hab da den Plan so schön ausgeheckt. Aber hast sie gesehen oder warst du völlig blind wieder? Ähm. Wo hast du bloß blöd platziert würde ich sagen. Wollt'. Ich muss sagen. Wollt. Wie kann man denn? Ey, das ist ein scheiß Selbstmord, Alter. Juuu, Match-Gewinner! Ach, hör da auf, das waren meine Bomben. Immer nur Selbstmord, na klar. Immer wenn's 3 steht, gewinnst du wegen Selbstmord. Haha, Rang erhöht, Baby. Ja, noch ne Runde, oder was? Das kann nicht wahr sein, ne. Hab ich dich geschafft heute Abend? Ja, wenn man nur so ne Scheiße macht. Gefällt mir sehr gut, die Map. Ja, gefällt gut. Dann würde ich sagen, ja, du gehst jetzt pennen, ne? Ne, man spielt COD, ein ordentliches Spiel. Hör da auf. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat. Ja, das ist so ein Scheißspiel, Alter. Ich sag wie immer, tschau, tschau, auf Wiedersehen. Kann man so ein Scheißspiel erfinden, Alter. Lass mal hier... Annäherungsmine, wo man selbst rüberlaufen kann und... Also... Ach komm, die waren eigentlich ganz gut. Die Taktik war geil. Ja, das war... Das war meine Miene. Hier waren wir nochmal Tankstelle, Truckstop oder was? Ich hab' ausgemacht. Wie, du hast schon ausgemacht? Ja, so ein Scheißspiel spiel ich nicht. Das ist mit Traum, weißt du, ne? Ja, schneidest du nicht rein. Oh, doch. Nee. Ja, doch. Dein Schlussgeheule ist mit drauf jetzt. Nee. Willst du echt keine Runde mehr, du? Nee. Ach, Mann. Das hat grad so Spaß gemacht. Das verkaufe ich, ich bin wie Team, Alter. Ich verkaufe die Scheiße. Oh, herrlich. Das kein Spiel ist ein Krampf, ist das. Ganz im Ernst. Ach, geil. Er kriegt einen Hitmarker vor dem Kopf und rennt weg und dann gewinnt er die Runde. Und dann ist es GTA realistisch, oder was? Das ist ein Hitmarker. Und das kommt noch dazu. Alles frisch und weiß nicht, was ein Hitmarker ist. Was bin ich? Ein Zelter? Ein Hitmarker. Nein, ein Zelter. Ich hab dich getroffen. Ich Zelte oder was hast du in der Folge gesagt, die Folge davor? Ich Zelte, ne? Du kämpfst. Ich Zelte. Du mein Scheißspiel, Alter. Leiche E-Mail rein. Das ist alles mit drauf. Sonderfolge. Doch. Dein Geheule ist mit drauf jetzt. Du hast nicht mein Recht dazu. Ach, halt die Fresse. Du hast das so freiwillig gemacht. Ne. Doch. Und dann... Dann... Dann zweig ich dich weg. Tu letztendlich ein bisschen vorbei. Ach, herrlich ey. Kann echt nicht wahr sein. So, ich lass die Aufnahme noch laufen hier. Halt den Maul. Oh, herrlich ey. Das ist so geil. Ich hab mich so köstlich amüsiert. Und wie er sich dann darüber freut. Oh, herrlich ey. Geil. Er gewinnt und muss nichts dafür machen. Das ist das Schlimmste. Und dann auch die künstliche Lache. Ah, geil. Das ist alles draus ey. Ich mach einen richtig geilen Beat ey draus oder so. Machst du eh nicht. Oh, herrlich. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Erstens willst du nicht. Und zweitens darfst du nicht. Ach klar, ich darf alles. Ne. Das ist meine magische Stimme. Ach, Klappe. Zum Kotzen ist das, Alter. Ach, geil. Weil das Schlimmste ist, jedes Mal die Kack lachen auf dich zu. Ja. Das ist doch das Beste, Mann.